Norddeutscher Rundfunk 2021 Ist sie das? Ja. Sie wird nicht eine Sekunde zu früh kommen. Die ist eben so. Wie ist sie? Ja, wenn sie sechs Jahre alt wäre, würde man das Schmollen nennen? Ist sie allein hier? Die Inhaftierung wirkte sich zersetzend auf ihren Freundeskreis aus. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin. Von der Charité. Und hat sich entschlossen hier bei uns... Wir haben uns schon vorgestellt. Gut. Wir machen weiter mit dem Weber B. Die Schwellung ist vollständig abgeklungen. Wir werden gleich die Drainage erzielen. Dann wollen wir uns mal dein Bein angucken. Sieht doch großartig aus. Du kannst bald wieder Fußball spielen. Mittelfeld? Mhm. Zentral? Rechts. Dann ist das also dein Schussbein, ja? Mhm. Oder kannst du auch mit links? Nicht gut. Den hab ich nur, damit ich nicht umfalle. Hat dein Trainer gesagt, oder? Mhm. Mit dem muss ich mal reden. Warum? Na, dein Gegenspieler weiß doch sofort, dass du über rechts gehen musst, um pflanzen zu können. Das war's schon. Ganz tausend.